Dann haben wir jetzt den US-Dollar. Der US-Dollar ist sozusagen sowas wie Papier, Fiat-Währung auf Crack. Weil er nicht nur die eigenen Leute beraubt, sondern die ganze Welt beraubt. Es gab 500 ernstzunehmende Papierwährungen in diesen 500 Jahren. Und nicht eine einzige, nicht eine, hat länger als 100 Jahre gehalten. Aber das waren Ausnahmen, die 100 Jahre halten. Ganz wenige Ausnahmen. Der Grund liegt darin, dass jede Papierwährung einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus hat. Der liegt darin begründet, dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus darauf basiert, dass dieses Geld Schulden braucht. Hätten wir eine intelligente Politikerie, würde ich das jetzt nicht ganz so laut sagen, aber ich würde es trotzdem sagen. Aber haben wir nicht. Ich habe einen Traum. So wie Martin Luther King einen Traum hat, ich habe auch einen Traum. Mein Traum ist, den Tag kommen zu sehen, wo wir die Finanzämter schließen, verkaufen und die ganzen Akten alle einsammeln und alle auf einen großen Acker vor Berlin aufschüchten. Ja, guten Abend, Freunde der Freiheit. Für meine Stimme muss ich mich noch ein bisschen entschuldigen, die ist noch ein bisschen belegt. Ich hatte so eine kleine Stimmbandentzündung. Das bedeutet, heute Abend muss ich es, statt auf Lautstärke zu setzen, mit dem Argument versuchen. Und dann freue ich mich natürlich, dass so viele Leute gekommen sind, wo ich jetzt heute Abend hier entschlossen bin, das Krallifat auszurufen. Das Krallifat, meine Damen und Herren, ist eine völlig neue Staatsform. Die hat nur eine einzige Regel, Staat lass uns in Ruhe. Aber jetzt geht es auch gleich in die ernsthafte Materie rein. Das, was Sie hier sehen, das ist eine Simulation eines schwarzen Loches. Der ein oder andere hat das ja schon mal gesehen. Science-Fiction-Fans ist das nichts Neues. So sieht ein schwarzes Loch aus. Das hat so einen schwarzen, großen Ereignishorizont. Also ist eigentlich punktförmig, das schwarze Loch, aber drumherum gibt es diesen Ereignishorizont. Und was hinter den Ereignishorizont fällt, kann nicht mehr entkommen, weil die Schwerkraft zu groß ist, die Anziehungskraft zu groß ist, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht, um einen daraus zu katapultieren. Also der Ereignishorizont. Und die Frage ist, was ist eigentlich hinter unserem Ereignishorizont? Weil wir sind hinter dem Ereignishorizont eines anderen schwarzen Loches aus einer Menge von Papier. Das Papier hat eine solche Masse angenommen, dass es unter seiner eigenen Schwerkraft jetzt anfängt zu kollabieren und in einem schwarzen Loch zu verschwinden. Und anders ausgedrückt, warum das papierende Kalb abbrennt. Das ist so das Thema, was ich heute Abend hier in aller Kürze Ihnen servieren möchte. Und zwar möchte ich Sie dazu auffordern oder darum bitten, die gedankliche Matrix zu verlassen, in die uns die EZB eingesperrt hat. Und nicht nur die EZB, vor ihr die FED, auch andere schon alle. Alle, die eigentlich uns erzählen wollen, dass Papier Geld sei. Und ich möchte mit zwei Zitaten anfangen. Einmal George Bernard Shaw, der ein Linker war. Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität von Gold und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierungsmitglieder. Das ist die Wahl, die Sie treffen müssen. Also für was entscheiden Sie sich? Und mit allem notwendigen Respekt für diese Gentlemen, ich rate Ihnen, solange das kapitalistische System wird, entscheiden Sie sich für Gold. Also glauben wir an die Intelligenz und Integrität unserer Politiker? Da habe ich mir auch Handzeichen mit. Wer glaubt, dass unsere Politiker integer sind? Ach, Sie enttäuschen mich. Also ich gehe doch nicht in die Politik, so viel steht fest. Und dann gab es mal einen Mann, der leider viel zu jung 2012 verstorben ist, Roland Bader. Der hat den, wie ich finde, sehr treffenden Spruch geprägt. Der Glaube der mittelalterlichen Alchemisten aus Blei Gold machen zu können, war eine Manifestation der nüchternen Vernunft im Vergleich zu dem neuzeitlichen Wahn, aus Papier Geld machen zu können. Und das stimmt, meine Damen und Herren, das ist wahr. Das ist die Wahrheit. Nämlich unser Geld, das hat ein Verfallsdatum. Und zwar jedes Papiergeld hat ein Verfallsdatum. Seit der Erfindung des Papiergeldes im 11. Jahrhundert und dann 200 Jahre später der Institution eines quasi Zwangspapiergeldes durch Kublai kam. Im 13. Jahrhundert gab es 500 Währungen im Wesentlichen. Wenn man mal von den Dutzenden in Afrika, die da irgendwie für, ich sag mal, sowieso nie funktioniert haben von Anfang an nicht. Aber es gab 500 ernstzunehmende Papierwährungen in diesen 500 Jahren. Und nicht eine einzige, nicht eine, hat länger als 100 Jahre gehalten. Aber das waren Ausnahmen, die 100 Jahre halten. Ganz wenige Ausnahmen. Es gibt keine Papierwährung, die länger als 100 Jahre hält, meine Damen und Herren. Und die meisten sind nach 50 Jahren im Eimer, nach 25 bis 25, bis 50 Jahren sind sie im Eimer. Und wenn sie schlecht konstruiert sind, nach 25 Jahren. Und wenn sie ganz schlecht sind, nach zwei, drei Jahren, manchmal sogar nach ein paar Monaten. Also sehr schlechte Fiatwährungen leben nur wenige Jahre oder manchmal auch nur ein paar Monate. Nehmen Sie die Assignaten. In der Französischen Revolution gab es die. Die haben also, die hat man eingeführt 1792, um den Krieg zu finanzieren. Die Jakobiner haben Geld gebraucht, die Sozialisten waren an der Macht. Robespierre, das Vorbild von Stalin. Und dann hat man dieses Papiergeld eingeführt. Die Hyperinflation hat sechs Monate auf sich warten lassen. Spektakulär, oder? Der Grund liegt darin, dass jede Papierwährung einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus hat. Und zwar da, der liegt darin begründet, dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus darauf basiert, dass dieses Geld Schulden braucht. Sie können das Geld zwar aus dem Nichts schaffen, aber jedes Mal, wenn Sie es schaffen, erzeugt es Schulden. Man kann es nicht erzeugen, ohne dass jemand mehr Schulden hat als vorher. Ist nicht möglich. Sie werden gleich sehen, warum. Und der Einwand, dass eben Währungen nach 100 Jahren spätestens weg sind, weil ja die Geschichte auch über Staaten und Imperien und sonst was hinweg geht, ist komplett verfehlt. Ist komplett verfehlt und zwar deswegen, weil es gab mal eine Goldwährung, die hielt sagenhafte 1500 Jahre. Komme ich gleich noch drauf. Also, man kann eine Währung einführen, die Imperien überdauert. Das geht. Also eine Währung eingeführt von einem Imperium hat dieses Imperium noch um Jahrhunderte überdauert. Wurde eingesetzt, wurde verwendet. Entschuldigung. Das war diese Währung. Der konstantinische Goldsolidus. 4,5 Gramm eingeführt, 309. Nach Christ durch Konstantin den Großen. Nach der Schlacht an der Milvischen Brücke gab es nicht nur das Toleranz-Edit für die Christen im Römischen Reich. Es gab auch neues Geld. Dieses Geld ersetzte den inflationär entwerteten Denar im Römischen Reich und wurde benutzt bis 1792. Bemerkenswerterweise noch ein Jahr, nachdem man in Frankreich diese Inflationswährung aufgelegt hat. Die letzte dokumentierte Transaktion in der römischen Soli, die wurde durchgeführt in Venedig im Jahr 1792. Sie sehen also, das sind knapp 1500 Jahre, die diese Währung in Verwendung war. Es geht. Es ist also durchaus eine Frage des Papiers und nicht der Tatsache, dass die Geschichte über Imperium hinweg geht. Und das Problem, der Selbstzerstörungsmechanismus jeder Papierwährung, jeder Fiatwährung, liegt darin, dass das Geldsystem ein zweistufiges Schuldgeldsystem ist. Nämlich Geld wird erzeugt, indem die Zentralbank Geld an Banken verleiht. Das ist das Zentralbankgeld. Und Geld wird erzeugt, indem die Banken Geld an ihre Kunden verleihen. Das ist das Giraldgeld. Diesen Prozess werde ich Ihnen jetzt gleich erläutern, damit Sie diesen Selbstzerstörungsmechanismus in seiner ganzen Schönheit begreifen können. Jede Schaffung von Geld setzt die Begründung eines Schuldverhältnisses voraus mit einem Gläubiger und einem Schuldner. Ohne den gibt es das nicht. Und weil wir all unsere Probleme dadurch heilen, dass wir mehr Geld drucken, bedeutet diese Heilung auch immer, dass mehr Schulden da sind vorher, nachher als vorher. Stufe 1 ist die Schöpfung von Zentralbankgeld aus dem Nichts. Die Zentralbank druckt das Geld, legt es sich in den Keller. Ist es dann Geld? Nein. Es ist noch kein Geld, es ist nur ein bunt bedrucktes Papier. Aber in dem Moment, wo es sich einer Bank leiht, die Zentralbank gibt das Geld an eine Bank, leiht es ihr und bekommt im Gegenzug einen Schuldschein, auf dem steht, ich habe mir von der Zentralbank eine Milliarde geliehen. In dem Moment entsteht das Geld. Die Zentralbank hat dann den Schuldschein der Bank, eine Milliarde, und die Bank hat Banknoten für eine Milliarde, die auch nichts anderes sind als einen Schuldschein der Zentralbank. Dann verleiht in der Stufe 2 die Bank das Geld an ihre Kreditnehmer. Die legen es auf ein Kreditkonto, auf ein Girokonto wieder rein. Das heißt, ich nehme das Geld von der Bank, es geht direkt auf mein Girokonto. Was habe ich dann? Zwei Schuldverhältnisse habe ich gleich begründet. Ich schulde der Bank die Millionen, die ich mir fürs Haus geliehen habe, oder die halbe. Und die Bank schuldet mir die halbe Million, die jetzt auf meinem Girokonto liegt, mit der ich dann das Haus bezahle, das ich damit kaufen will. Wenn ich es bezahle, damit ist es zwar von meinem Girokonto runter, ist es aber auf einem anderen Girokonto und begründet dort ein anderes Schuldverhältnis, wo die Bank die halbe Million dann jemand anderen schuldet. Die Schulden bleiben da. Und in dem Moment, wo die Bank mir das Geld leiht und ich es auf das Girokonto wieder einzahle, ist das Girokonto Geld. Und zwar deswegen, weil ich damit alles machen kann, was ich mit Geld tun kann. Ich kann Dinge damit kaufen. Ich kann es anlegen. Ich kann es konsumieren. Ich kann ein Haus kaufen. Alles. Die Achillesferse des Systems ist aber die Kreditwürdigkeit der Schuldner. Denn umso mehr Geld ich produziere, umso mehr Schuldner habe ich. Umso mehr Schulden habe ich. Und die Gesamtsumme aller Schulden, wenn die wächst in den Himmel hinauf, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo die Schuldner diese Schulden nicht mehr bedienen können. Und zwar deswegen, weil die Schulden ihre Schuldentragfähigkeit übersteigen. Das heißt, das System, das auf Wachstum angelegt ist, und es ist auf Wachstum angelegt, weil jede Krise mit dem Drucken von frischem Geld geheilt wird, dieses System basiert letzten Endes darauf, dass die Schulden immer größer werden und die Qualität der Schulden immer geringer wird. In dem Moment, wo die Qualität der Schulden zusammenbricht, brauche ich die große Rettungsorgie. Und dann sind wir da. Also zwei Stufen. Die Zentralbank verleiht das Geld an die Geschäftsbanken. Die bekommt dafür einen Schuldschein. Der Kredit geht an die Kreditkunden. Dafür bekommt sie ein Girokundoguthaben. So, und weil das natürlich dazu führt, dass die Kreditqualität immer mehr abnimmt, haben wir auch regelmäßig Kreditkrisen. Seit der Gründung der EZW hatten wir der R5. Die Dotcom-Bubble, die Finanzkrise, die Euro-Krise, Tragiskampf gegen die Deflation, den Corona-Lockdown. Und eins meiner Standards-Lights. Muss jeder erleiden, der bei mir in den Vortrag kommt. Und Sie sehen, jedes Mal, wenn die Kreditqualität zusammengebrochen ist, braucht das System mehr Geld, um geheilt zu werden, als vorher. Aktuell haben wir etwa 7.000 Milliarden Euro Zentralbankgeld. Vor 25 Jahren hatten wir nur 700 Milliarden, also ein Zehntel davon. Das bedeutet, dass diese Kurve exponentiell verläuft. Und die Sache ist nicht neu, meine Damen und Herren. Es ist kein neues Phänomen. Diese Gelddruckerei, die führt ja zu Inflation. Wenn ich mehr Geld in Umlauf bringe, weil die Schulden die Rettung erfordern und die Banken mehr Geld brauchen, um gerettet zu werden, die Zentralbank, also mehr Zentralbankgeld zur Verfügung stellen muss, dann bedeutet das, dass ich Inflation erzeuge. Und die Inflation, meine Damen und Herren, ist kein neues Phänomen. Die ist sogar schon in der Bibel erwähnt, und zwar in der Apokalypse des Johannes. Sie ist tatsächlich einer der vier apokalyptischen Reiter. Die meisten Leute wissen das nicht. Die meisten Leute haben sich neuerdings einreden lassen, der dritte apokalyptische Reiter sei die Umweltzerstörung. Das reden uns die Grünen ein. Bullshit. Davon ist in der Bibel keine Rede. In der Bibel steht Pest, Tod, Krieg und Inflation. Das sind die vier apokalyptischen Reiter. Und Albrecht Dürer hat sich von diesem Text inspirieren lassen, zu diesem berühmten Holzschnitt. Und der freundliche Zentralbanker, meine Damen und Herren, ist der Typ, der Zweite von vorn. Der, die Waage schwingt, mit der er eigentlich Gold wiegen sollte, aber mit der er die Menschen niederwalzt. Also das ist der kräftigste von den vierten. Keine apokalyptische Reiterschar fordert mehr Opfer als die Inflation, weil sie die Menschen verhungern lässt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen durch die Geschichte der Inflation durch. Angefangen hat das im Grunde genommen schon sehr früh. Eine der ersten Inflationsgeschichten war die Münzverschlechterung des römischen Denars. Zwischen dem Jahr 50 nach Christus und dem Jahr 250 oder 270 nach Christus hat die Qualität der Silbermünzen im Römischen Reich, das war die Standardwährung der Denar, Silberdenar, abgenommen von knapp unter 100 Prozent auf 1,5 Prozent. Am Schluss gab es nur noch Kupfermünzen mit Silbercoating, also mit Silberbeschichtung außen. Jedes Mal, wenn neuer Kaiser dran kam, hat er Geld gebraucht, um die Putschtruppen zu bezahlen. Und dann hat er das ganze Geld eingesammelt, eingeschmolzen, mit mehr Kupfer verdünnt und wieder ausgegeben. Und die Differenz hat er als Inflationsgewinn eingestrichen. Das war sozusagen die frühe Form des Betrugs. Und Sie sehen, dass im dritten Jahrhundert das System am Ende war. Deswegen hat ja dann der Konstantin die Währungsreform durchgeführt, weil diese Inflation die gesamte Wirtschaft des Römischen Reichs komplett zerrüttet hat. Das Römische Reich ist nicht alleine daran zugrunde gegangen, dass es dekadent war, die Sache mit den Orgien und so weiter, all die tollen Dinge. Das war es nicht allein. Die Inflation, meine Damen und Herren, und die Inflation ist ein Ausdruck der Dekadenz. Und zwar deswegen, weil die Inflation das Resultat der Idee ist, dass es so etwas wie ein müheloses Einkommen geben könnte. Gibt es nicht. Dann kam Kublai Khan, der schon erwähnte, druckte im 13. Jahrhundert diese wunderschönen Banknoten. Mittlerweile übrigens haben die Sammlerwert. Also die haben zwar zu einer riesigen Inflation geführt, die das chinesische Reich in die Knie gezwungen hat, aber mittlerweile haben die wieder Sammlerwert. Die kosten zwischen 7.000 und 10.000 Euro. So eine schöne alte Banknote vom Kublai. Und Marco Polo, der hat also diese Banknoten als Alchemie bezeichnet, weil er gesagt hat, das ist ja quasi aus Papiergold gemacht. Aber der Trick war natürlich nur mit Waffen und Schergen durchsetzbar. Damals schon. Und 30 Jahre später, wie gesagt, versankt dann China in der Hyperinflation. Dann kam der Ablassbrief. Die meisten Leute wissen nicht, dass der Ablassbrief, also das war in der Renaissance die ganz große Sache, dass der Papst Ablassbriefe verkauft hat. Das war eine Fiat-Währung. Das weiß fast keiner, dass das eine Fiat-Währung war. Auch mit Inflation und Entwertung und allem drum und dran. Nämlich, also man konnte sich damals für gutes Gold einen Ablassbrief kaufen. Und der Ablassbrief, der war sowas wie die Eintrittskarte ins Paradies. Sünden hin oder her. Wer den hatte, der kam rein. Und der konnte sich eigentlich so einiges leisten im Leben. Jedenfalls hat er das geglaubt. Und die Theorie hinter dem Ablassbrief war, dass der Papst im Vatikan in einem Keller einen Gnadenschatz liegen hat beim lieben Gott. Und dieser Gnadenschatz, der kann verbrieft werden. Verbrieft. Also die Verbriefung ist nichts Neues. Die ist damals schon angewendet worden. Der Gnadenschatz des Papstes wurde also verbrieft in Form der Ablassbriefe. Und dann konnte man die erwerben. Und es gab Leute, die haben so viele Sünden begangen, dass sie gesagt haben, der eine reicht nicht. Lass mal zehn kaufen. Sicher ist sicher. Und dann haben sie sich, aber irgendwann sind sie klamm geworden, weil sie zu viele Ablassbriefe gekauft haben. Dann haben sie gesagt, dann verkaufe ich wieder einen. Und weil sich das dann so etabliert hat, hat man dann irgendwann die Ablassbriefe tatsächlich als Geld benutzt. Ablassbriefe waren Papiergeld. Das war eine Papierwährung. Was hat die Sache zum Einsturz gebracht? Martin Luther. Martin Luther hat einen Aufsatz geschrieben, wo er mithilfe der Bibel minutiös nachgewiesen hat, dass die Theorie vom Gnadenschatz theologischer Bullshit ist. Und damit waren die Dinger tatsächlich, das ist tatsächlich so passiert, über Nacht entwertet. Die Hyperinflation der Ablassbriefe kam über Nacht. Die waren vorher noch ein paar Goldstücke wert und dann war sie nichts mehr wert über Nacht. Das war eine riesige Wirtschaftskrise, die Folge, weil natürlich das Papiergeld plötzlich dem Wirtschaftskreislauf entzogen war und die Leute aufs Gold zurückgeworfen waren. Der Vatikan als Zentralbank, meine Damen und Herren. Das probiert er manchmal wieder. Dann kam die Französische Republik, die Jakobiner. 1791 haben sie also diese Assignaten aufgelegt. Diese Assignaten haben übrigens zu der berühmten Rede von Robespierre geführt. Robespierre, der damals das Köpfen der Opposition als quasi Ausdruck der Tugend verteidigt hat. Die Tugend sei nichts anderes als der Ausdruck der Demokratie, hat er gesagt. Und der dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Und deswegen sei der Terror ein notwendiges Instrument. Das ist schon spektakulär, wie die Linken damals schon die Realität verdreht haben. Jedenfalls war es so, dass die Leute den Braten von Anfang an gerochen haben. Nach sechs Monaten war das Ding schon in der Hyperinflation und die Händler wollten das Geld nicht mehr annehmen. Du musst jetzt handeln, denn deine Finanzen schlafen nicht. Für nur ein Euro am Tag bekommst du im Friedrich-Report Analysen, Prognosen und geballte Informationen für dich zu Hause. Friedrich.report, deine Adresse für Finanzen. Und dann hat man ein Gesetz gemacht, das sie es annehmen müssen. Und da haben sie sich ja widersetzt. Da hat man die Strafen verschärft. Langer Rede, kürzer Sinn. Nach ganz kurzer Zeit war die Strafe auf Annahmeverweigerung dieses wertlosen Papiergeldes die Todesstrafe. Nicht wenige, die unter der Guillotine in der Terrorherrschaft der Jakobiner gelandet sind, waren in Wahrheit Opfer der Zentralbank. Papiergeld, meine Damen und Herren, kann mörderisch sein. Im wahrsten Sinn des Wortes. Dann kam es immer schlimmer. Dann wurden also Gesetze eingeführt, dass schon 20 Jahre Festungshaft, wenn einer gefragt hat, ob er in Gold oder Papier bezahlen will, der Gegenüber. Gab es schon 20 Jahre Festungshaft dafür. Aber 1794 haben dann die Pariser Bürger gesagt, es reicht jetzt. Es funktioniert ja nicht. Haben dann die Druckerei gestürmt. Robespierre landete dann ja auch in der Zeit auf dem Schafott. Und dann hat man alles abgebrannt. Man hat die Asignaten verbrannt, die Druckmaschinen abgebrannt, die Drucker hat man, glaube ich, auch umgebracht, die armen Schweine. Und von da an, von dem Tag im Oktober 1794 bis 1914 bei Kriegsbeginn, Erster Weltkrieg, gab es in Frankreich den Goldstandard. Und nie in der Geschichte Frankreichs war der Wohlstand und das Wohlstandswachstum schneller und größer als in diesen 120 Jahren. Die hatten ihre Lektion gelernt, die Franzosen. Seitdem haben sie es allerdings leider relativ gründlich verlernt. Aber wer in Frankreich sozusagen sich umhört, weiß, dass der typische französische Bürger immer noch ein Goldaffichonado ist und Gold hält. Dann kam 1923 die Hyperinflation in Deutschland. Das sind Münzen aus meinem eigenen Archiv. Die sind geprägt 1924. Da steht drauf, am 1. November 1923 kostete 1 Pfund Brot 3 Milliarden, 1 Pfund Fleisch 36 Milliarden und ein Glas Bier 4 Milliarden Mark im Deutschen Reich. Im Deutschen Reich, das waren alles nur Reichsbürger. Furchtbare Sache. Am 1. Dezember, einen Monat später, kostete 1 Pfund Brot 260 Milliarden. Hat sich also verachtzigfacht der Preis. 1 Pfund Fleisch 3,2 Billionen. 1 Goldmark, also 0,35 Gramm Gold, 1 Billion Mark. Wenn Sie das jetzt umrechnen in eine annualisierte Inflation, müssen Sie 80, die monatliche Inflation, zwölfmal mit sich selbst multiplizieren. Also 80 hoch 12 macht 2400 Quadrillionen Prozent Inflation fürs Brot. Es geht. Kann man machen. Und dann haben wir jetzt den US-Dollar. Der US-Dollar ist sozusagen sowas wie Papier. Fiat-Währung auf Crack. Weil er nicht nur die eigenen Leute beraubt, sondern die ganze Welt beraubt. Das System, das hat nichts in sich einfallen lassen. Tricky Dick hat man ihn ja genannt. Tricky Dick, weil Richard, also die Kurzform von Richard im Amerikanischen ist ja Dick, aber Dick hat noch andere Bedeutungen im amerikanischen Slang. Tricky Dick, sowas wie listenreicher Lursch. Hat also am 15. August 1971 die Goldbindung des Dollar aufgehoben. Bis dahin waren 35 Dollar eine und das Gold war verbrieft. Und das Ergebnis war, dass die ganzen anderen saßen dann auf ihren Dollars, Dollarüberschüssen, die sie nicht mehr rechtzeitig in Gold bei den Amerikanern umgetauscht hatten, sodass sie gute Miene zum bösen Spiel machen mussten. Und plötzlich war der Dollar nicht mehr Leitwährung, weil er mit Gold gedeckt war, sondern er war Leitwährung, weil alle anderen die Abschreibung nicht machen wollten. Und das war natürlich die Beste aller Welten für das Imperium. Das bedeutete nämlich, dass Amerika so viel importieren konnte, wie es wollte und riesige Leistungsbilanzdefizite ansammeln konnte und nicht bezahlen musste beziehungsweise in frisch gedruckten Dollars bezahlen konnte, die dann anschließend inflationiert also entwertet wurden. Und wenn man das mal durchrechnet, die Summe der angesparten Dollars im Ausland durch die Defizite der Amerikaner und dann die Inflation gegenrechnet, dann kommt man auf diese Kurve hier, ich habe das mal gemacht. Da sehen Sie, in 1971, da ist es noch relativ wenig. In den 70er Jahren waren es ein paar Milliarden pro Jahr, die die Handelspartner der USA verloren haben durch die Entwertung der Dollars aus den angesparten Handelsbilanzüberschüssen, die sie mit den Amerikanern hatten. Und dann kamen die 90er Jahre, da ging das dann schon auf 50 Milliarden pro Jahr hoch. In den frühen Nullerjahren waren es dann schon 200 Milliarden. Und jetzt die letzten zwei Jahre und auch die letzten drei Jahre eigentlich, dieses Jahr wieder, sind es eine Billion pro Jahr. 1.000 Milliarden Dollar nach heutiger Kaufkraft pro Jahr an Transfer von Kaufkraft in die USA von ihren Handelspartnern. Das heißt also, es ist ein riesiges Tributsystem, ist gigantisch, kumuliert in den letzten 50 Jahren 6,2 Billionen Dollar per Ende 2022. Die Zahlen 23 habe ich noch nicht in die Grafik reinverwurstet, aber es dürften mittlerweile eher 7,2 oder 7,3 Billionen sein. Und die Säulen der Hegemonie der Vereinigten Staaten, die bestehen aus fünf Elementen, nämlich der Leitwährungsfunktion des Dollars, die das ermöglicht, dem Militär, dem Geheimdienst, also der Signal Intelligence, der Englisch als Weltsprache und dem angelsächsischen Recht und Gesetz als Welthandelsrecht. 95 Prozent aller Welthandelsverträge laufen unter angelsächsischem Recht. Und diese Dinge, die sind miteinander verknöpft, verflochten. Der Dollar finanziert all das. Wenn Sie den Dollar aus dem System wegnehmen und das ist das, was die BRICS tun werden, dann ist es vorbei. Und, jetzt bin ich zu schnell gesprungen, und das Ergebnis von diesen Entwicklungen wird zweierlei sein. Das eine ist, wir können uns darauf verlassen, dass unsere Papierwährung die Biege macht. Hundertprozentig. Das kann ich Ihnen versprechen. Weil, dass irgendjemand im EZB-Tower oder gar im Berliner Kanzleramt säße oder in Brüssel bei Frau von der Leier und da die so schlau wäre, die 500 schiefgegangenen Beispiele zu schlagen und das diesmal besser zu machen, als die 500 Mal vorangegangenen, wo es gescheitert ist, das halte ich persönlich für relativ unwahrscheinlich. Hätten wir eine intelligente Politikerie, würde ich das jetzt nicht ganz so laut sagen, aber ich würde es trotzdem sagen. Aber haben wir nicht. Und dass der Dollar fällt, das ist abgemacht. Der eine oder andere hat vielleicht die letzten paar Monate oder Wochen beobachtet, was dem japanischen Yen passiert. Wie oft habe ich auf einer Bühne gestanden und habe mich fragen lassen, Herr Krall, beim Yen geht es doch jetzt schon seit 1990 gut. Und meine Antwort war immer, ja, warten Sie es mal ab. Und jetzt bricht diese Währung zusammen. Die verliert 50% Wert in wenigen Wochen. Das hat einen Grund. Der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist, dass die Menschen da draußen nicht mehr glauben, dass sie für Yen in Zukunft die Ware noch einkaufen können in Japan, die sie bisher einkaufen konnten, weil die Produktivität kollabiert. Und die Produktivität kollabiert, weil der ganze Laden durch Nullzinspolitik über 30, 35 Jahre jetzt zombifiziert worden ist. Es kann manchmal dauern, bis sich die Erkenntnis in den Märkten durchsetzt. Aber wenn sie mal ankommt, dann kann es schnell gehen. Und so ist es auch mit dem Dollar und so ist es mit dem Euro. Und die Frage ist nicht, ob das passiert. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, wie machen wir dann weiter? Und jetzt kommt der Werbeblock. Ich habe heute schon so viel davon unterschrieben, dass das fast schon, wie soll ich sagen, vergeblich ist, dass ich das jetzt hier auflege. Seit zwei Wochen am Markt. Wir sind bei der dritten Auflage. Danke an Sie alle, die es gekauft haben. Aber mir geht es nicht darum, jetzt noch ein Katastrophenszenario an die Wand zu malen, weil wenn wir hinter dem Ereignishorizont sind, dann müssen wir durch das schwarze Loch durch. Wir müssen tunneln. Wir müssen jetzt da rein und wir müssen uns auf das einstellen, was hinter dem schwarzen Loch kommt, hinter diesem komischen Tunnel, durch den wir jetzt durchgehen. Und meine Antwort ist, da lauert ein Wirtschaftswunder. Es lauert wirklich da. Wir müssen es nur aufwecken, wenn wir dann da ankommen. Wie wecken wir es auf? Durch die Kraft der Freiheit. Durch eine richtige Währung, die goldgedeckt ist. Durch eine Staatsquote von 10%. Durch eine Abschaffung von 80% aller Ministerien. Durch eine Reduktion. Durch eine Abschaffung aller direkten Steuern. Stellen Sie sich das mal vor. Malen Sie sich das bitte vor Ihrem geistigen Auge aus. Keine Lohnsteuer, keine Einkommenssteuer, keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Kirchensteuer, kein Solidaritätszuschlag, keine Kapitalertragssteuer, alles weg, alles weg. Nicht nur, dass Sie das nicht mehr bezahlen müssen und 400 Milliarden Euro Ihren Weg zurück in die Bürgertasche finden. Dafür müssen wir die ganzen Ministerien schließen, aber denen wird keiner nachtrauen, das verspreche ich Ihnen. Ganz großes Indianer-Ehrenwort, das kann ich Ihnen garantieren. Denen wird keiner nachtrauen, außer denen, die da gearbeitet haben. Die werden da neue Jobs finden. In dieser wachsenden Wirtschaft werden die Jobs finden, und von denen haben die vorher nur geträumt. Also das kann alles weg. Und noch besser ist, niemand mehr muss Steuererklärungen abgeben. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Es gibt keine Steuererklärung mehr. Das brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir auch keine Finanzämter mehr. Die können wir alle zu Wohnungen und Geschäften und Büros umbauen. Und ich habe einen Traum, so wie Martin Luther King einen Traum hat. Ich habe auch einen Traum. Mein Traum ist, den Tag kommen zu sehen, wo wir die Finanzämter schließen, verkaufen und die ganzen Akten alle einsammeln und alle auf einen großen Acker vor Berlin aufschüchten. Und wenn dann da alles da liegt, dann scheiß aufs CO2, ich halte ein Feuerchen dran. Ich bin ja schon kritisiert worden wegen meinem Nummernschild. F, Y, G. Fuck you, Greta. Aber das wird ein richtiges Indianerfeuer. Kann ich Ihnen versprechen. Es brennt drei Tage. Klar, wir werden da schon irgendwie sicherstellen, dass die Akten nicht durch die Gegend fliegen und vom Wind weggetragen werden. Das wollen wir nicht. Und das letzte Gesetz, was dann noch kommen sollte, ist, dass auch die Steuerberater alle ihre Akten verbrennen müssen, damit niemand mehr rekonstruieren kann, was dem Bürger gehört und was er verdient. Weil es den Staat einen Dreck angeht. Und dann machen wir uns an die nächste Stufe. Diese Rakete, wir schaffen alle Erziehungssteuern ab. Das sind so gut wie alle anderen. Also nehmen wir zum Beispiel die Tabaksteuer. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil da sagt ja jeder, die Tabaksteuer, die macht doch Sinn. Nein, meine Damen und Herren, macht sie nicht. Die Tabaksteuer ist der Versuch von Politikern, uns zu erziehen. Und auch wenn Tabakrauchen schädlich sein mag, was wahrscheinlich der Fall ist, geht es den Politiker einen Dreck an, ob ich das mache oder nicht. Es hat ihm nichts anzugehen. Er hat mich nicht zu erziehen. Genauso hat er mich nicht zu erziehen mit der Schaumweinsteuer, mit der Zuckersteuer, mit der Kaffeesteuer und sonst welchen Steuern, die er sich einfallen lässt, von Dingen, von denen er glaubt, es besser zu wissen als ich. Es hat ihm nichts anzugehen. Und wenn wir ihm das alles aus der Hand genommen haben, dann haben wir noch sehr viel mehr Geld vom Staat weg. Da müssen wir noch ein paar Ministerien schließen. Und wenn Sie sich die 99 Bundesbehörden anschauen, davon bleibt genau eine übrig. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht der Verfassungsschutz. Das ist das Patentamt. Aber das privatisieren wir dann anschließend. Alle anderen können wir dicht machen. Alle anderen können weg. Also in meinem Buch werden Sie nachlesen können, dass diese ganzen Ausgaben eingespart werden können, ohne dass es jemandem schlechter geht in diesem Land. Weil nämlich die Frage gar nicht ist, wer baut denn dann die Straßen, wenn wir dem Staat dieses Geld nicht mehr geben? Schauen Sie da draußen auf die Straße und dann stellen Sie fest, der baut eh keiner. Der baut gar keiner. Das macht er gar nicht. Er nimmt unser Geld nicht und baut Straßen damit, abgesehen davon, dass es Private zehnmal billiger könnten. Sondern die Frage ist, wenn wir dem das Geld wegnehmen, wer führt dann die Kriege? Das ist die Frage. Und all den ganzen Kram, wer baut dann die Radwege in Peru? Wer macht dann die feministischen Projekte in Indonesien? Wer macht feministische Außenpolitik in der Sahara? Wer pullert 200 Tonnen Kerosin den Abu Dhabis auf den Kopf? Wer macht das alles? Da sage ich, das haben wir im Kralifat alles nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Sondern wir haben drei Ministerien und das reicht. Und die werden auch richtig kurz gehalten. Die werden so richtige Hungerhaken werden. Also von den zehn Prozent, die wir dem Staat noch zubilligen im Wege einer Konsumsteuer, die ungerechte, aber am wenigsten ungerechte Steuer, die dann übrig bleibt. Das geht dann zu 70 Prozent an die Gemeinden und zu 30 Prozent an den Bund. Und zu 0,01 Prozent geht es an die Länder, weil deren ganze Bürokratie ist auch nur eine Replikation. Das sind auch nur zehn, zwölf Minister in jedem Bundesland, damit die rumlaufen können und sagen können, ich bin Minister. Mehr ist da nicht. Wenn Sie sich mal die Ausgaben der Ministerien in den Bundesländern anschauen, das ist alles FDK. Für die Katz. Das brauchen Sie alles nicht. Also lade ich Sie alle ein und ich signiere auch jedes Buch, das mir gebracht wird, versprochen. Und dann lade ich Sie noch ein auf die neue Webseite von goldrevolution.com. Die Neueinführung des Goldstandards, denn Sie werden Gold dort nicht nur kaufen und verkaufen können. Sie können in Zukunft auch mit Gold bezahlen, indem Sie es an Ihre Kreditkarte anschließen, als hätten wir den Goldstandard von vor 1914 zurück. Das ist das Programm meines Unternehmens Goldrevolution. Das war der Werbeblock. Ich bedanke mich. Danke. Danke.